SINNOKU TV Ver-cob total süß, das Problem ist nur, dass Edward ein Vampir ist und außerdem gibt's noch den jungen Jacob und der ist auch total süß der ist allerdings ein Wehrwolf beziehungsweise in diesem Fall ein Wehrchihuahua und ja, eigentlich ist Edward auch mehr total süß, findet Becca und sie würde lieber mit dem Edward gehen. Sie will, dass er sie zu einem Vampir macht. Das will Edward allerdings nur, wenn sie ihn heiratet. So, soweit so gut. Die Kritik. Ja, ich weiß nicht so richtig, ob die Zielgruppe von Bylight eher Fans oder Hasser des Originals sind. Streckenweise ist es nicht so ganz mein Humor. Es geht so ein bisschen in die Richtung, ich werfe dir eine Torte ins Gesicht. Wobei ich nicht zwangsweise Probleme mit flachem Humor habe. Bylight hat aber auch durchaus einige gute Ideen. Der Film hat mir auf jeden Fall bedeutend besser gefallen als das Original. Von dem habe ich auch nur, glaube ich, den zweiten Teil gesehen. Äh, die Darsteller sind optisch, ja, nahezu perfekt gecastet. Ich, ähm, habe kaum einen Unterschied gemerkt zu den Originalfiguren. Also, wenn man mir nicht gesagt hätte, dass das hier die, äh, Verarschung ist, ähm, hätte ich es, glaube ich, nicht gemerkt. Äh, ich gebe den Film 2 von 5 Sternen. Und, äh, der Film startet am 9. September 2010, ist freigegeben ab 12 Jahren. Ich habe den Film in der deutschen Synchro gesehen. Wahrscheinlich ist das Original, ist also die englische, äh, Version nochmal ein bisschen lustiger. Äh, äh, der Originaltitel, den finde ich übrigens sehr gut. Und Vampires Suck. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Trailer und Infos gibt's wie immer bei syneku.com. Beim nächsten Mal gibt's den Film, also das Biopic-Drama Miral. Und, äh, ja, bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.